Hallo und herzlich willkommen bei der MoDiBanBan, wir sind bei der 46. Folge, dem 31.10 und Happy St. Hayne. Also, Frühlings Halloween. Ja, ich bin immer noch krank, man hört es, man hört es wahrscheinlich während des Spiels auch immer noch einmal. Ich entschuldige mich von voraus schon mal. Aber wir spielen es trotzdem. Wir ziehen einfach durch unsere Challenge, egal wie scheiße es mir geht. Ja. So, geht auch schon los. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, dass ich nicht so viel sagen werde, weil ich kann nicht mehr so viel sprechen. Aber wir halten die Challenge durch, sind fast bei der Hälfte angekommen. So, bitte klemmen wir mal her. So, wir spielen gegen Toss. Gegen Toss kann nur G's kommen. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Deswegen spielen wir auf jeden Fall safe. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Und Doppelgate und alle noch andere. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Oh, tut mir leid. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Wir haben nicht gelügend Mineralien. 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 Wir müssen selber gucken wo der Pailer ist. Das ist wichtig zu wissen. Wenn er nicht hier ist, dann ist er irgendwo bei mir in der Nähe. Da ist er geholt. Wollte ich nur wissen. Da kann man auch Adaptenkrone boosten. Und bauen selber einen Pailer. Wie er. Standard. Das ist jetzt genau dasselbe Bild, was ich spiele. Und ich glaube ich bin ein bisschen spät in meinen Pailern. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir müssen zusätzliche Grunnen bauen. Vorwärts. So. Eure Sonden werden angegriffen. Warum hat er nicht da lang gelaufen? Vorwärts. Ich bin hier, in die Schatten. Ihr habt nicht gelötet, Mineralien. Naja-Kar Minar, für den Ruhm, so soll es geschehen, die Templer rücken vor, niemand kann uns aufhalten, unser Denken gleicht sich, niemand kann uns aufhalten, ne? Ich bin ziemlich früh in den Schatten, ich hatte keine Echse. Dann sollten wir uns beeilen. Ich bin ziemlich früh in den Schatten, ich bin ziemlich früh in den Schatten. Und mehr kommt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da ist er schon. Verpackt, entlang hierher in die Schatten. Oh, das ist erneutet. Die Schatten, die Beteiligung. Nein, verkehren. Ach man, warum hat er die Dinger nicht gebaut? Es ist noch nicht vorbei. Der Vorteil ist, wir haben immer noch genug mehr Wirker. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in die Schatten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Erneut. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. So, wir machen ein All-In draus. Dann gleich nochmal angreifen. Ich gehe davon aus, dass er jetzt keinen All-In vorbereitet. Aber ich werde einen vorbereiten. Aber ich werde einen vorbereiten. So, wir gehen einfach los. Mineralien. Nicht genügend Energie. Mineralien fällt erschöpft. Nicht gelügend Helden. Nicht gelügend Mineralien. das ist nicht mein wort was ist denn das nur die testatur nicht richtig das hätte ich nicht verlieren dürfen ich hätte eigentlich gewinnen müssen in dem fight fieser push erst ein mega push jetzt war auf jeden Fall nicht gut irgendwie irgendwie hat es nicht gepasst aber es tut mir leid ich bin halt immer noch total im arsch und es wird heute auf jeden Fall mein einziges Spiel bleiben und ich würde sagen wir sehen uns dann morgen ich hoffe mir geht es morgen wieder ein bisschen besser wir sehen uns zurzeit auch ziemlich schlecht aus aber naja ich glaube ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin neue Muttibeer so das war es wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibeeren StarCraft 2 wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen wenn ihr uns noch nicht abonniert habt könnt ihr uns auch gerne abonnieren und ansonsten oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt Aber ich würde sagen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal euer Muttibeer Tschö 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 tschö�이 és wen